Ey, yo, ich spring ab vom Zug, geh das nächste Stück zu Fuß, geb sick, groove, Jano macht Rap wieder cool, Mucke aus dem Untergrund, nicht debil, nicht verstellt, alles in meiner Umgebung wird gefickt von diesem Geld. Doch wer ist der dieser Money? Hast du ihn schon mal gesehen? Wenn er kommt und etwas meint, dann klärt sich meistens das Problem. Undercover wie Chameleon durch den Dschungel, aus Asphalt, 1. Mai war dicke Party, doch in 3, 4 Jahren knallt's und zwar richtig. Wird der Leidensdruck zu groß, grad zerfleischt man sich noch selbst ab, gelenkt von Alk und Koks, bunten Lichtern, nackter Haut, dem normalen Gang der Dinge, grelles Filmmann, der O2-Wort macht die Stadt zum Fernsehzimmer, das ist nur eins von den Dingern, was mich hier ziemlich skeptisch macht, denn auf der Novo-Line-Allee rollen die Veolia-Trucks. Willst du wissen, was passiert, musst du gucken, was schon war. Wo immer einer profitiert, gehen paar andere an Arsch. So wie immer einer Art mit den Dich von Lüten, der Schatten und Dich von Lüten, und das für die Dich von Lüten, dann versaut, looks an der Dr. Lüten, das für die Dich von Lüten, das für die Dich von Lüten. So wie alles, dass ich mit dem Lüten pissed. Untertitelung des ZDF, 2020